Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch und zwar habe ich wieder ein Paket bekommen und das wollte ich heute mit euch auspacken. Ich habe es schon aufgemacht und ich habe sogar schon eine Sache rausgenommen, aber ich wollte es euch heute trotzdem einmal zeigen. Es ist ein bisschen größer, halt so ein kleines Paket. Genau, und ich würde sagen, fang einfach an. Viel Spaß! Also das erste ist ein Schlafanzug. Der sieht so aus. Aus Niki-Stoff ist der. Der hat so ganz, ganz viele kleine Autos. Richtig, richtig süß. Der ist von C und A in Größe 56. Kann man so knüpfen, hat so kleine Füßchen dran. Genau, so ein kleiner Schlafanzug. Dann haben wir gekauft einmal ein Body in Größe 80 für unseren Toddler. Der ist von H&M. Der hat hier so ein Hemd. Also sieht aus wie so ein Hemd. Und genau, hier kann man, hier sind es auch noch so, sieht es aus wie so ein Hemd mit so Knöpfen und so. Total süß. Dann haben wir noch ein Body von H&M. Auch in Größe 80. Der ist einfach nur blau. Ganz schlicht. Dann haben wir eine Hose von H&M in 74. Die ist leider zu klein. Die habe ich schon anprobiert. Dann haben wir eine super süße Latzhose gekauft. Die ist auch von C und A in Größe 50. Die sieht so aus. Hier mit so einem kleinen Löwen drauf. Richtig süß, oder? Sonst ist die so weiß-grau gestreift. Ich finde die richtig süß. Dann haben wir ein Set gekauft. Und ich habe gerade gesagt, ich habe schon was rausgenommen. Das ist nämlich eine Jeans-Latzhose mit einem Pulli. Okay. Und zu dem Set gehört dieser Pulli noch dazu. Das war so ein Set, eine Latzhose, zwei Pullis. Genau, der ist von C und A. Das ganze Set ist von C und A in Größe 86. Und der ist einfach so rot, blau, weiß, schwarz gestreift. Dann haben wir von C und A ein paar Bodies. Und zwar einmal diesen hier. Der hat so kleine Raketen und so drauf. Einfach so ein ganz normaler Body. Der ist auf jeden Fall zu klein. Und dann haben wir den zweiten von C und A. Der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen größer. Der sieht so aus. Der ist in Größe 80. So kleinen Sternchen. Total süß. Dann haben wir ein Body von Ernst X Family in Größe 74, 80. Der ist einfach schwarz-weiß gestreift. So sieht das aus. Und dann haben wir ein Wickelbody-Set von Luppilu, also von Lidl. Einmal mit so einem braun-weiß gestreift. In Größe 74, 80 sind das Wickelbodies. Genau, einmal so ein. Und dann einmal einen weißen. Und der hat hier so einen kleinen Teddy drauf. Auch so ein Wickelbody. Ja, mein Lieben. Und das war's auch schon. Und das war unsere Ausbeute bis jetzt. Ähm, ich hatte natürlich noch ein paar andere Sachen gekauft, aber die waren jetzt nicht in diesem Paket mit drin. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal.